Ja, und da sind wir diesmal zu Gast hier bei der Tiernothilfe Leisnik. Und die zauberhafte kleine Maus hier, das ist die Sonja. Sonja kommt ursprünglich aus der Ukraine, ist etwa anderthalb Jahre alt und sucht jetzt eine neue Familie. Ist ein bisschen schüchtern, was man jetzt gar nicht merkt, weil wir haben uns gerade erst kennengelernt. Die beiden sollen, oder was heißt die beiden, also Pinja habe ich noch gar nicht vorgestellt, das ist nämlich ihre Schwester, die ist ein bisschen ängstlicher. Die sollen in Wohnungshaltung vermittelt werden, Menschen, die sich ein bisschen Zeit nehmen, ihnen das Einmaleins des Hundelebens beibringen und die liebevoll zu ihnen sind. Alle Infos gibt es bei der Tiernothilfe Leisnik. Die Sonja und die Pinja suchen eine neue Familie, entweder einzeln oder im besten Fall als Schwestern auch zusammen.